Habe ich denn jetzt reingekickt? Ne, habe ich nicht. Ich komme mal in die Ego-Perspektive. Tja, also das ist das ist faszinierend, möchte ich sagen. Tja, also Beno, wenn wir hier was öpfern müssen, ne? Du weißt ja, wie das ausgeht. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was ich da heute habe. Beno, du hast da was. Scheiße. Ähm, was kann ich denn hier so öpfern? Opfern? Öpfern. Ähm, Schrifttafel. Ein Opfer wird dich dem, was du suchst, einen Schritt näher bringen. Aber was kann ich denn opfern? Aber was? Ah, verstehe. Beno, stell dich doch mal auf das Gitter. Ähm, ein, äh, was? Hm. Kann ich, kann ich vielleicht, ne? Kann ich vielleicht so einen Trauger-Körper? Ja. Äh. So, einen toten Trauger dahin gezogen, gezerrt. Beno, stell ich mal daneben. Ja, von wegen, ich weiß, was ich tue. Du könntest mal warten, bis sie mit mir spricht, bis ich da bin. Nicht so einen Trauger verbrennen. Ähm. Schauen wir mal da lang. Einfach faszinierend. Was? Na, ich lasse das Licht mal aus, weil ich mir gerade will. Ach. Ich drücke schon wieder voll Kirre auf der Tastatur rum. Ich lasse das Licht mal lieber aus, weil man weiß ja nicht. Na, wir wollen ja immer möglichst wenig, oder ich möchte immer möglichst wenig Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So, da scho, 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 schimmert ein, äh, Seelenstein und zwei ein kleiner. Und zwei Begräbnis-Urnen und ein Leichentuch habe ich mit eingepackt. Voll lecker. Kann ich dann mein Pausenbrot drin einwickeln. So. Oh, Kiste. Ich brauche neue Dietriche. Das habe ich auch schon öfter erwähnt, ne? Ähm, so. Klick. Gold. Nehmen wir Gold mit. Und, ähm, das ist doch auch eine Urne da hinten, genau. Das lohnt sich immer total, hier alles genau zu durchsuchen. Und jetzt bin ich gespannt, gibt es hier eine Gefahr? Oder eher nicht. Ah, toll. Du kannst nicht entziffern, was auf dieser Tafel steht. Das finde ich aber generell schade. Ich gehe davon aus, dass es hier ein weiteres Rätsel gibt. Ah. Geht weiter dem Pfad entlang. Und schreitet nicht dort, wo ihr schon wart. Interessant. Aha. Also. Wir müssen quasi... Also, bei zwei Dingen bin ich mir ziemlich sicher. Erst nur noch fünf. Hoffen wir einfach, dass bei der letzten etwas gut saß wird. Und? Ja. Voll schweres Rätsel, ne? Rechte. Die Tore haben sich geöffnet. Voll schweres Rätsel. Man darf einfach die Dinger nicht doppelt betreten, die Platten. Ich höre einen Schrei. Oh ja, da vorne ist einer. Macht euch nützlich! Alter, mach du dich mal nützlich, Alter! Mach dich nützlich! Ich glaube, ich spinne, ey. Weißt du, was mir auffällt? Was ich jetzt mal ganz gemütlich während des Kampfes mache? Ne, schnell meinen Boden aufladen. Ähm. Da. Zack. Oh, könnt ihr euch noch dran erinnern, wie das nicht mehr ging? Weil ich... Ruhe... Weil mein... Mein Spiel dann immer rumgespackt hat, wenn ich was, äh... Aufgeladen hab. Wisst ihr das noch? Das war nervig. Ist auch schon bestimmt 100 Folgen her, aber... Meiner. So. Mit dem Dolch platt gehauen. Muss auch mal sein. Äh. Trauger Todesfürst. Hast du irgendwas Interessantes dabei? Eine Nordstreitachse des Eises. Die interessiert mich gar nicht. Aber mit Twistklaue. Rechte Hälfte. Okay. So, ich mach mal Licht an. Geh mal weg. Das lassen wir den Experten vor. Ja. Er ist Kajit. Geht ihr vorab. Ja, genau. Jetzt schauen wir erstmal den neuen Schrei an. Äh... Kampfverswut. Wir haben auch noch sieben Drachen sehen. Können wir machen. Dein Tuum verzaubert die Waffen von Verbündeten in der Nähe. Und ermöglicht ihnen dadurch schnellere Angriffe. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Das können wir mal machen, wenn wir Beno mal wieder mehr brauchen. Äh... Jetzt hab ich die Konsole aufgemacht. Da fällt mir ein, ich hab den Drachen in Weißlauf immer noch nicht weggemacht. Hab den Befehl auch noch nicht wieder geguckt. Dann stahlt euch. So, das war also in der Kiste vom, äh... Vom Todesfürsten drin. Die werden auch immer... Immer lächerlicher. So, wo hat sich denn ein besagter Durchgang geöffnet, wenn ich fragen darf? Da. Ja, tatsächlich. So, wo kommen wir da hin? In dieser schummrigen Höhle. Äh... Da ist ne Kette. Die hab ich noch gesehen. Bevor es zu dunkel wurde. Aktivieren. Kette. Da geht es weiter. Ah, ich glaub wir sind jetzt quasi in der oberen Etage mehr oder weniger. Ha. Ich kann es gar nicht erwarten, im Dorf meine Notizen über diesen Ort zu machen. Das ist mir jetzt doch einfach wieder im Eingangsraum rausgekommen. War ja toll. War ja so richtig, äh... Oh, was ist denn das da? Aktivieren, Schlüsselloch. Ah. Mal sehen, ob wir die andere Hälfte dieser Klaue finden können. Hm. Vielleicht. Ich hab so einen Verdacht, wo sie sein könnte. Weiß auch nicht warum, aber es könnte vielleicht sein, dass es hier in der anderen Richtung, äh, dahin geht. Zu der zweiten Hälfte der Klaue. Ich... Ich schätze es einfach mal. So, offenen Eisentür. Offenen. Bei mir sind die Umlaute heute kaputt, glaub ich. Das ist bis Samstag manchmal so. Äh. Ich glaub ich bin gerade schon wieder viel zu vorsichtig. Und in dem Moment stehen sie auf. Ach, mach dich doch selber nützlich, Alter. Oh, eine Geißel. Ich hab gerade, wie ihr seht, Lust mal ein bisschen mit dem Dolch rum, um mich zu schlagen. Einfach, weil ich's kann. Weil ich's lernen muss vor allen Dingen, sagen wir's mal lieber so. Also müssen natürlich nicht. Aber ich will, weil... Wie wir alle wissen, möchte ich ja so einen auf Assassinen irgendwie noch lernen. Das werde ich dann, ähm... Und werde ich dann durchführen, wenn wir... Wenn wir die Diebesgilden-Quests weitermachen, werde ich da ein bisschen... Bisschen mich mal mit dem Meucheln auseinandersetzen, weil irgendwie 17... 17-facher Schaden war das, glaub ich, ne? Jetzt muss ich direkt mal... Hab ich mir beim letzten Mal schon überlegt, ich muss mir mal angucken, ob sich das wirklich lohnt. Aber hier mach ich dreifachen Schaden, das heißt, wir wären bei 266... Und 17 mal... Ja, ist ein bisschen mehr, ne? Sind wir dann bei 180, 190. Wenn ich den noch verbessere, natürlich, der ist ja noch nicht... Der ist ja noch nicht gepimpt, die Waffe, ne? Einen besseren Dolch finden wir ja auf jeden Fall noch. Oh, Alter, geht mir der Typ auf den Senkel, ey. So. Ruhe im Karton. So. Aktivieren Kette. Das sieht mir ja verdächtig aus, irgendwie. Oder auch nicht. Ja. Ja. Bogen. Ein Schwert. Drei Säulen um eine Säule in der Mitte gruppiert. Vielleicht sind sie irgendwie verwunden. Oben befinden sich noch leuchtende Staben. Sie ähneln Zeichnungen von Objekten, die sich Drucksteine nennen. Mal sehen, was ihr herausfindet. So, hier lag ein Stab der Flammen. Geht jetzt einfach mit einem Flammenzauber drauf erstmal. Ich werde diese Säulen weiter untersuchen. Vielleicht habe ich hier etwas für Sie. Ah, so geht das also. Was? Habe ich die jetzt aktiviert, oder was? Sie leuchtet, ne? So ein bisschen leuchtet sie. Ja, ich glaube, ich habe die aktiviert. Dann hätten wir hier den Bogen. Und da haben wir ein Schwert. Gucken wir mal, ob es ein Fläulich auch tut. So, cooles Rätsel. Muss man ehrlich sagen, alle ein bisschen einfach gehalten, aber ein cooles Rätsel eigentlich. Aus welcher Richtung sind wir gekommen? In welche müssen wir gehen? Wir sind von da gekommen, ne? Wir müssen hier lang. Oh ja, und da geht es schon wieder weiter. Und ich befinde mich mal hier. Verstecke ich mich an der Ecke. Und warte, bis der Todesfürst aufsteht. Und schieße ihm... ...an ihm vorbei. Ganz toll. Ja, ja, komm. Wow. Hey, ich mag die Todesfürsten mit ihren Schreien nicht. Überhaupt nicht. Gehen wir hier mal von... Gehen wir mal meine üblichen Taktklinge einfach vor. Die funktionierte immer ganz gut eigentlich. Oh, das war sogar ein kritischer Schlag. Hallo. Ganz gut. So, das war es dann mit dem Kampf hier. Ja. Erstmal den... Äh, halt jetzt gleich die Axt genommen. Wollte ich gar nicht. Ebenerzpfeil 20er. Die nehmen wir natürlich mit. Könntest du mir gleich sagen, was die beschreibt? Ja, das war auch ich. Wenn ich das richtig verstehe, steht hier sogar, dass Mira-Akt ein Verräter war. Ja. Ja. Wahrscheinlich gelangt man durch einen dieser Sarkophage hinaus. Wir sollten weit spielen. Ich frage mich, wie lange die Nord für den Bau dieses Grabballs gebraucht haben. Das ist eine gute Frage, ja. Mut, Kampf ist Mut. Die nächste Stufe, denke ich mal. Tja. Ähm. So, lernen wir natürlich auch. Und noch fünf Drachenseelen. Da müssen wir wieder ein paar Drachen, äh, entfernen. Auf neue Seelen. So, hier geht's vermutlich wieder genauso raus, wie wir beim letzten Mal. Und dann können wir jetzt ja die Hauptkammer mehr oder weniger öffnen. Oder halt an diesen, diesen Käfig ja erstmal öffnen, in der da steht. Da ist wieder die Kette. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist hier gerade echt mal wieder Stockduster. Aber ich will jetzt für die paar Schritte nicht die Kerze anmachen. Ja, vielleicht mache ich's doch. So, und jetzt sind wir hier in der Haupthalle wieder. So. Jetzt können wir das da hier aktivieren. Das zweite Schlüsselloch. Ja, sehen wir mal. Wir sperren uns jetzt erstmal hier ein. Eine Schrifttafel. Ich kann's nicht hinziffern. Kollege. Beno, lass ihn mal rein. Beno, du bist leicht blutverschmiert. Jetzt lass ihn mal vorbei. Och, Beno, der alter Stoffel. Was müssen wir denn da machen? Lies mal vor. Guck nicht mich an, guck die Tafel an. Hier ist noch ein Rätsel. Lasst euer Ziel nicht aus den Augen. Nichts zu tun bedeutet den Tod. Wenigstens eine klare Ansage. Hier scheint eine Art Schalter zu sein. Ich stehe einfach hier drüben, während ihr den Schalter umliegt. Ja, du hast aber schon gelesen. Ne? Nichts zu tun? Ne, ist egal. Das ist ja cool. Ja, und das löst sich tatsächlich wieder auf hinter mir. Ah ja. Und ihr könnt jetzt einfach über die Feste... Ja, faul ins... Ja. Weißt du was? Du gehst mir ganz schön auf die Nerven. So. Öffnen Holztür. Von der anderen Seite verriegelt. Sehr schade. Da geht es ja mächtig abwärts. Ja, ist bestimmt nochmal dasselbe. Ja. Ja, die bewegen sich nicht nur ein wenig schneller. Mann, 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 Mann. Ja. Mann, 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 Mann. Ja. Musik.